Hallo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einem Video auf Minecraft oder Mastercraft. Ich weiß nicht. Tschüss. 3D4 Wie ihr gerade seht, ich habe das wirklich nicht gebaut. Das ist wirklich... Ich habe das wirklich nicht selbst gebaut. Aber das ist der echte Endportal. Ah, wie ich das hasse. Es geht nicht. Oh nein. Wo ist die Tür? Die Tür? Ah, nicht mehr drauf. Leute, wo ist die Tür? Wo? Ah, da. Ah, da. Okay. Ich gehe jetzt dann. Im Endportal. Was geht? Leute, geht das nicht? Ja, ich weiß. Leider. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ohne ein Abo da. Ich darf sagen... Tschüss. Tschüss.